Herzlich Willkommen zu einer weiteren Sendung von TeleBlocher. Schauen wir noch einmal zurück, vor einer Woche, der 20. Januar, zwei grosse Reden gab es parallel. Auf der einen Seite die Inauguration in Amerika, auf der anderen Seite Ihre Albis Gütli Rede. Jetzt sagen ja die Leute immer, Blocher und Trump sind ein wenig seelenverwandt. Als unbeobachteten Zuschauer nachträglich, welche Reden hätten Sie besser gefunden? Also ich habe beide gesehen. Bei einer sind Sie ja noch dabei gewesen, oder? Und ich muss sagen, meine ist auf jeden Fall die Interessanter gewesen. Also ich bin ein wenig von der Originalität von Trump zu den Reden ein wenig düstig gewesen. Er hat eine Wahlkampfrede abgelassen, die er sicher schon hundertmal gab. Einfach der erste Satz war ein wenig anders. In dieser Sekunde beginnt, dann hat er das gesprochen, was er eigentlich immer gesagt hat. Und dann hat er noch etwas betont, also, das, was bisher gemacht worden ist. Das hat er schon immer gesagt in den Wahlen. Das, was bisher gemacht worden ist, die haben quasi alle in eigenen Sachen gegen das Volk gearbeitet. Und jetzt ist fertig. Jetzt arbeite ich für das Volk. Und da standen alle bisherigen Präsidenten nicht. Auf der anderen Seite. Ich habe dann nachher gewusst gesagt, ja, man lernt sich einer, der nach der Wahlen das Gleiche sagt wie vor der Wahlen. Das ist ja schon eine Seltenheit. Und jetzt nach einer Woche muss ich sagen, und er hat es jetzt nicht nur gesagt oder er macht es auch. Das hat mich noch gewundert. Also, jetzt gleich nochmal. Es war ja praktisch zeitlich. Sie redet ja, glaube ich, im Albesgültel, Viertel vor sieben. Der Trump hat am Sesse gehört. Ja, er hat es schon vorne gehört. Jawohl, er war vorher fertig. Wo haben Sie denn die Rehe gesehen? Das habe ich im Auto gesehen. Ich bin in Albesgültel gefahren. Ich habe im Auto, das ist immer drin gewesen, im Fernsehen, aber ich habe noch nie geschaut. Also hinten dran, ja. Ich weiss auch nicht wie es geht, aber ich habe meine Frau neben dran gehabt. Und die hat da, die ist gut, die hat ja einen Vater gehabt, der aus dem Autogewerbe kommt. Die versteht viel von Autos. Die konnte das einstellen. Da konnte ich eins zu eins schauen. Die Rede, die er hatte, die viertelstündige. Das war interessant. Um 6 Uhr. Und ich musste erst am 4. Versippen dort sein. Also konnte ich alles sehen und hören. Und ja, das war dann mein Eindruck. Aber es zeigt natürlich, was mich noch mehr beeindruckt hat, ist natürlich, was es ausmacht, wenn ein Staat ein lange gutes, aus der guten Zeit von Amerika, aus der Gründerzeit noch eigentlich, merkt man die Inaugurationsfeier. Das mächtige Amerika. Wie das... Also die... Die spielt ja grosse Rolle. Die spielt ja grosse Rolle. Die spielt ja grosse Rolle. Die Religion, weil er die verschiedenen redet. Der Trump immer... Luke sagt, er hat Amen. Weiss ich nicht, er hat das gesagt, weil er froh war, dass er aufhört. Oder hätte er zeigen wollen... Der muss ja doch den Schwur leisten. Auf die Bibel. Und... Und... Der Trump, der ja das Gefühl hat, er macht alles, was er will. Also ich habe heute, der Trump ist... Den kannst du nicht einbinden. Aber da, jedes Wort ganz genau... Also das diszipliniert, oder? Und dann auch das Hausbachen bei dem Ammer. Es ist ja eine ganz bescheidene Feier. Also muss man sagen, es geht sehr bescheiden zu. Sogar zweieinhalb Tage, glaube ich, oder? Mit Feuerwerk und allem. Ja, ich rede jetzt vom offiziellen Teil. Das ist ja egal, aber der offizielle Teil ist eine sehr einfache Geschichte. Der Chor, der da gesungen hat... Also bei jeder singen also da die Mormonen-Chor, oder? Und dann aus der Mittelschule ein Chor. Also quasi der Männerchor von Herliberg, oder? Also jetzt so ein bisschen überträgt. Und das gefällt den Amerikanern. Das Einfache aus der Bevölkerung. Das ist ein Stil, der hebt. Und der natürlich auch diszipliniert. Der Trump kann ja nicht machen, was er will. Oder man sagt immer, der könne quasi am Morgen aufstehen und das Knöpfchen drücken und den Atomkrieg ablassen. Das ist alles dumm. Die sind ganz fest eingebunden. Er kann nichts machen, ohne dass der Verteidigungsminister auch einverstanden ist. Das ist schon ein grosses Hindernis. Zweitens, er haben ja ganz starke Kongressabgeordnete in Amerika. Das ist dann nicht wie unsere Nationalräte. Das sind dann also Recken da. Die machen auch eigene Gesetze. Darum gibt es viele Gesetze. Sie tragen die Namen von zwei Parlamentariern. Und so weiter. Und das kommt eben auch wieder auf die Schweiz zurück. Darum halten Sie auch an der Bundesverfassung. Sie halten auch an der Bundesverfassung mit der Neutralität, mit der Unabhängigkeit. Das gibt ein Selbstbewusstsein für einen Staat. Und wir sollten pflegen. Unsere Länder lassen ja das alles fallen. Aber gleich muss ich ja ein wenig widersprechen. Also wenn man jetzt die Woche von Trump angeschaut hat, ist ja gerade ein wenig der Widerspruch. Also an einem Tag hat er den Obamacare die Versicherung abgeschafft. Am anderen Tag hat er da irgendein Freihandelsabkommen abgeschafft. Jetzt will er die berühmte Mauer bauen. Da nimmt er ja nicht irgendeine Rücksprache mit dem Parlament oder seinen Regierungskollegen. Aufpassen. Er hat das alles unterschrieben. Aber mit dem ist es nicht gemacht. Das kommt ja alles noch. Auch noch die Gerichte kommen. Also das ist jetzt sein präsidialer Wille. Aber einen Teil davon kann er gar nicht machen ohne das. Zum Beispiel bei der Mauer. In der Finanzierung ist er eingeschränkt. Der kann nicht selber die Finanzierung machen. Er sagt einfach 20% Zölle machen. Da muss alles noch von dem Kongress. Natürlich ist er relativ stark. Wenn er seine Partei hat, dann hat er es. Aber die, also ich habe eine gute Beschreibung gehört über ein Phänomen der Trumpgegner und der Trumpbefürworter. Die Trumpbefürworter haben den Trump ernst genommen, aber nicht wörtlich. Und die Befürworter haben ihn wörtlich genommen, aber nicht ernst. Oder, die haben alles, jedes Wörtlich, das er sagt, auf Gold angelegt und haben ihn einfach auf die Seite gewischt. Der ist sowieso nichts, oder? Und die anderen haben gesagt, es ist gut, ja. Was er jetzt da gesagt hat, ist vielleicht nicht so gut, aber das nehmen wir nicht so ernst. Und ich glaube, da muss man sehen, dass er, also ich habe jetzt ein paar Sachen gesehen, und ich sagte, mit dem wird er nicht durchkommen. Er hat auch keinen Erfolg gehabt. Aber... Beispiel, Beispiel. Ja, er hat zum Beispiel ja gesagt, er will diese Produktionen, die Amerika an China verloren haben, wieder zurückholen. Und da geht er nicht in die Tiefe, weil er eben kein Industrieller ist. Er ist ein Immobilienunternehmer. Hengst hätte es sich ja gesagt, oder? Ja, er ist... Sie sind... Sie gehen nicht so in die Tiefe, im Immobilienbereich. Wenn es gebaut ist, ist es wieder fertig, oder? Du musst es noch vermieten. Aber... Warum hat Amerika diese verloren an China? Weil Amerika ist zu teuer für die Massenprodukte. Wenn es ein hochentwickeltes Land ist, das haben wir in der Schweiz auch erlebt. Mein Unternehmen... Ganz besonders. Also... Es ist eine Demstchemie in der Gruppe, oder? Wir waren in der Synthesefasern, für die Textilien. Wir haben doch in den 80er Jahren gesehen, in den 70er Jahren schon... Das ist ein Käseprodukt, das man in der Schweiz machen kann. Das ist ein Käseprodukt, das man in Europa machen kann. Das sind die Chinesen. Nicht, weil sie billigere Fasern machen, aber billigere Hemper können sie machen. Die können Hemper machen, hier zumal... Jetzt ist es auch anders, aber hier zumal für 30 Krabben. Kannst du nicht hier in den Bergen umfasern produzieren? Kannst du nicht in Europa Fasern produzieren? Das ist doch früher oder später machen das Chinesen selber. Aber die Massen-Textile ist... Wanderer getappt, oder? Letztens hat mir einer ein lustiges Bildchen gezeigt, ein Lieblchen, wo drauf steht, ein Wort Make America Great Make America Great Again, sein Slogan. Ja, sein Slogan. Und hinten dran ist... Haben sie eine Etikette zu zeigen? Made in China. Made in China. Das ist typisch, oder? Du kannst doch... Die Lieblchen kann er schon machen. In Amerika, aber viel teurer. Wenn er die zurückholt, macht er nachher am Schluss in Amerika, wenn er das macht, mit Strafzöne, oder weiss ich was, macht er viel zu teure Massenprodukte. Und da könnt ihr von der Schweiz lernen. Und müsst ihr von der Schweiz lernen. Er müsste jetzt Amerikaner aufrufen und sagen, Hört, das liegt an euch. Macht ihr Produkte, den der Chines nicht machen kann. Ein billiglohnt Land. Das haben wir in der Schweiz gemacht. Als unser Unternehmen. Es ist heute ein blödes Unternehmen. Aber nicht, weil es das zurückholt, den Chinesen machen. So ein Blödsinn in diesem hohen Land. Sondern ein neues, hochstehendes Produkt entwickelt. Frühzeitig. Und jetzt kommt das ganze amerikanische Bildungssystem rein. Hinter dem steht eben der Mangel am amerikanischen Bildungssystem. Die Amerikaner sind ja unglaublich gut in der Wissenschaft, auch in der Wirtschaft, in der Ökonomie. Die haben Nobelpreisträger einen Haufen. Weil die sind spitze, und haben spitze Universitäten. Das ist gut. Das reicht nicht. Nachher habe ich immer gesagt, die haben nur zwei Sorten, ähm, zwei Sorten Leute. Nobelpreisträger und Hilfsarbeiter. Und zwischendrin nichts. Und die Stärke liegt natürlich zwischendrin. Also unsere Berufsleute, die leider jetzt auch verwässert wird mit dieser huren Personenfreizügigkeit, mit dieser Nivellierung, mit Europa, mit dieser Anerkennung. Das ist ja furchtbar, wenn wir das Niveau jetzt verlassen, oder? Und das mit der Energiestrategie und all dem mischt. Also wir funktionieren auch runter. Und die Berufslehr, die jetzt wieder plötzlich gerühmt wird vom Bundesrat. Vor 30 Jahren wollten sie es verakademisieren und alles. Aber, das müsste jetzt der, der Trump sagen, die Amerikaner. Und da kommt jetzt seine Schwäche führen natürlich. Weil er jetzt die Amerikaner nur gerühmt hat und gesagt hat, da sind die Chinesen schuld, da sind die Mexikaner schuld, da sind die Seben schuld. Mit dem wird das nicht lösen. Aber das merken sie ja wahrscheinlich selber. Aber gleich nochmal zum Stil. Sie haben jetzt gesagt, er könne nicht einfach eine Mauer bauen, die berühmte Mauer. Ist ja noch relativ mutig, oder? Jetzt kündert er überall die Mauer an und am Schluss heisst, er kann sie nicht bauen. Da ist ja seine Reputation. Wäre er dann noch mehr beschädigt? Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich sage die Leute auch, der Trump wollte, aber da ist ja kein Kongress nicht. Da ist ja nicht einer, der muss im Alltag Erfolg haben, damit daran erkennt ist. Er kann ja nie alles erfüllen, was er gesagt hat. Aber die Latte, die er für sich selbst gesetzt hat, ist sehr, sehr hoch, oder? Ja, und da geht es ja voran, wenn dann die anderen nicht wollen. Wobei ich nehme an, er hat sich schon abgesichert bei den Republikanern, ob das schlussendlich geht. ob er das mit 20% auch noch machen soll, weiss ich nicht. Und er hat ja vor der Handlungstaktik, das merkt man auch, er setzt das Ziel wahnsinnig hoch. Er rührt den Knebel hoch, oder? Und sagt, das ist, also hat der mexikanische Präsident gesagt, los, wenn du die Mauer nicht zahlst, musst du gar nicht kommen. Ja, das ist ein Affront, oder? Ja, ein Affront ist einfach, ein Ding, so, das ist mein Ziel. Und wenn du da sagst, jetzt ok wird, dass wir reden, so schlecht finde ich das jetzt nicht. Aber Sie als Bundesrat sind doch gemässigert gewesen. Ja, erstens sind wir nicht ein amerikanischer Präsident, zweitens ein Bundesrat und drittens, aber, das habe ich auch immer gesagt, ihr müsst gerade von Anfang an, gerade gegenüber Amerika, ganz klare Ziele nehmen. Und ihr müsst auch den Knebel relativ hoch rühren. Wir können immer noch zurückgehen. Und, jetzt, das will viel nicht. Warum? Wenn man dann sagt, ja, er musste nachgeben. Und ich traue dem Traum zu, dass er sagen kann, ich ruhe den Knebel hoch und muss nachher nachgeben. Und dann sagen die Haufengegner, ja, Haufengegner, oder? Also, unsere Schweizer Zeitung, aber die Tagesanzeiger, unsere Zeitung, führen ja immer noch Wahlkampf. Gut, er merkt es aber nicht, oder? Nein, er merkt nicht, aber wir merken es. Man könnte nie etwas über den Trump lesen, um zu schauen, was stimmt eigentlich. Weil die bekämpfen schon in der ersten Linie. Und, aber dann sagt man, ja, jetzt hat er nachgeben. Ah, der Trump hat da verloren. Aha! Dabei, die Taktik ist ja von dem, den Knebel hochrühren, ist ein anderes Gesicht wahrgenommen. Der hat nachher Freude, dass er etwas erreicht hat, weil der Trump das oberste Ziel nicht erreicht hat. Da sind natürlich Stachen verhandelt. Und natürlich können sie in Kauf nehmen, und auch, das wird sich dann zeigen, ob es so eine starke Persönlichkeit ist. Dass man sagt, ja, da hast du verloren. Du hast verloren, oder? Du hast es nicht erreicht. Sagt, ja, 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 hat man es angegeben, aber, ja, jetzt haben wir das. Ja, nicht fest sicher zu sein, aber, er hätte es nie erreicht, wenn er sich nebenher nicht hochgerührt hätte. Aber da ist es ein bisschen klein, ich hätte es gerade bei den Zuschauerzahlen, oder? Wenn Sie jetzt sagen, von der Stärke, oder? Ja, über diesen blöden Streiten, über diesen Zuschauer. Ich hätte gesagt, da ist ja klar, dass es mehr Demonstranten hatte. Die anderen müssen doch nicht demonstrieren, die haben ja reichbar sein wollen. Die können zuhaim bleiben und arbeiten und können zuschauen am Fernsehen. Das hat ja der Präsident. Die anderen, die ihn nicht haben, die müssen natürlich gehen und sagen, ich bin zufrieden und teubeln. Das hätte er nicht machen können. Aber, ich weiss nicht, warum wir da anfangen, dumm anzutreiten, weil das ist doch, das ist ja bei uns auch so. Immer, die ewig diskutieren, wie viele Leute es gab. Wie viel haben Sie kein Malbis Gürtli? 700 haben irgendwo gelesen? Ja, eben. Also da ist es ganz genau bestimmt. Wir können nur so viele hinlassen, wenn wir Sitzplätze haben. Und es sind glaube ich 1253. Also wäre es doppelt so viele, wie das, die Sitzplätze geschrieben haben? 1250. Schreibt doch ein Double, das sind 700. Und die Sitzplätze schreibt, ja seien es, also gut 1'000. Das war der Double, oder? Nein, nein, die hat lieber gut 1'000, oder? Ja. weiss jeder genau, wie viele das Täter sind. Aber ich gehe nicht sagen, hä, Sie, Sie haben, Sie haben hier falsch geschrieben. Sie sind dann gar nicht drauf eingehen, das ist ja so eine nebensächliche Frage. Und das ist vielleicht, also ich will da nicht zu viel sagen, weil, ich bin ja nicht in Amerika, und habe nicht verantwortet. Und das hat mich auch gewundert, dass es da drauf ging. Weil, das ist vielleicht der Nachteil dieser Twitter-Sache, oder? Im Moment, wenn jemand sagt, sie sind nur so viele gewesen, dann sagt man, wir schreiben die, schreiben die, sie sind nur so viele gewesen. Und dann an Twitter hinschauen, und die Gedanken rausattachen, kommt ja dann gerade eine Bedeutung über, oder? weiss ich, gut, dann wird er die Twitter wahrscheinlich auch nicht selber schreiben, aber das glaube ich nicht. Also ich glaube, einer, der ihm hilft dabei. Ja, wahrscheinlich mehrere, die helfen dabei. Also wenn er das alleine machen will, Die ist auch wieder im Volljob, ja. Und ich habe noch, ich habe noch gelesen, er sagt ja, an sich von der Natur aus, er sagt ja, eher faul. Er ist also nicht ein Aktivist, der viel arbeitet, sondern eher bequem nimmt. Und das wäre ja ein gutes Zeichen. Aber dann kann er es auch nicht alle selber schreiben. Eine alte Freundin, ja für ein Schlusszeichen von Ihnen, gehen wir jetzt auf die Schweiz, hat sich diese Woche wieder bemerkbar gemacht, Frau Weidmer-Schlumpf. Ja, ja, ja. Und eine krasse Wechsel machen vom Trump. Ja, ja, ja. Ja gut, also das sieht ja jeder. Ist das Absicht gewesen oder ist das Missverständnis? Nein, das ist Absicht. Nein, nein, das ist natürlich Absicht. Aber es kommt einfach ihren Charakter zum Ausdruck. Als sie Chefin geworden ist, hat sie den Vorgänger, der Herr Merz, verdrecklich mit Unwohren. Er hat gesagt, er hätte eine Vorlage gemacht, wo so viele Steuerausfälle gab, was hinten und vorne nicht stimmt. Aber es hat noch alle mitgemacht, oder? Es hat allen gefallen. Die ganze linke Hälfte hier vom Rat, der sie gewählt hat. Und jetzt ist sie zurückgetreten, jetzt muss sie den Nachfolger noch verdrecklen. Und für eine Vorlage, die sie, sie selber angereist hat, unterschrieben hat. Ich bin doch verrückt worden, dass sie hier 2014 unterschreiben, wir werden das Steuerregime ändern, wegen dem Druck gegenüber der EU. Und ich meine, obwohl das ist ernst zu nehmen, aber ich hätte es nicht unterschrieben, weil die Länder, das haben wir ja letztens noch behandelt, die sagen, wenn die Vorzugsregime in der Schweiz gegenüber der ausländischen Firma behalten werden, dann müssen Sanktionen rechnen, und Sanktionen sind einfach. Sie können einfach Doppelbesteuerung aufheben, und nachher müssen sie Doppelsteuer zahlen, dann gönnt sie, das sind ja vor allem Holdinggesellschaften. Und dann verlieren wir, wenn das Volk jetzt nein sei, am 12. verlieren wir beim Bund, wenn die Länder das machen, müssen wir noch nicht sicher, aber wenn sie es machen, sind im Bund 5 Milliarden, und bei der Kantone 2. Eben, sie sind für ein Ja, oder? Ja, da muss man unbedingt Ja stimmen, damit man die Steuerausfälle nicht hat. Und jetzt kommt sie hinführen, und sagt, ja... Weisst du denn das Motiv, dass sie plötzlich da... Sie ist dann die Grösste. Und wenn man verlieren würde, wäre sie auch noch die Grösste, dann wäre sie stärker als der Nachfolger, der Bundesrat, der Ueli Mauer. Dann ist sie so primitiv durchschaubar. Merken wir ja, oder? Aber ich muss da nicht darüber reden, über ihren Charakter. Den kenne ich schon lange. Den kenne ich auch, wo sie Regierungsrätin war, also wovor sie Bundesrätin geworden ist. Aber wird das jetzt noch die ganze Abstimmung beeinflussen? Kann sie. Also ich muss jetzt wieder sagen, die Regierungsrätin sind natürlich auch alle verletzt. Schon früher ist sie Finanzverantwortliche im Kanton Graubündnis in der Finanzdirektoren- Konferenz gewesen, ich glaube, dort sogar Vorsitzende. Und die stellt ja sämtliche Regierungsrätin in die Regierungsrätin Aber sie sind jetzt mehr oder weniger gegenseitig? Ja, ja. Das ist eine eigene Welt. Das ist eine eigene Welt, ja. Was die Regierung anbelangt. Ja, gut. Der Herr Borkhalter arbeitet ja jetzt auch mehr dort, oder? Ja, gut. Ja, ja. Homeoffice, so sagt man ja. Ja, ja. Er war auch Regierungsrätin. Und die zwei der Freisindigen, die sie gewählt haben, die waren ja Bundesanwälte. Die habe ich in der Bundesanwaltschaft gekannt. Die haben ja alle gesagt, wegen der frühen Zeit müssen raus, wegen Frauenverhältnissen in der Verwaltung und ja, ja gut. Und der andere ist aus anderen Gründen rausgeflogen. Aber die Regierungen, und ich meine, da sind ja dann Sozialdemokraten dabei. Also im Kanton Basel. Die haben ja schon alles fertig gemacht, auch das kantonale Regime gemacht, mit dem Maiar, an die starke Hand. Und in Baselstadt ist es Frau Erzog, die für diese Steuerreform kämpft. Weil die natürlich alle merken, sie verlieren Steuersubstrat. Aber das, wenn wir nicht zu lange darüber reden, dann... Naja, da ist der Lauf der Dinge. In meinem Alter nimmt man das auch ein bisschen weniger hektisch als vor 30, 40 Jahren. Jetzt noch die Abschlussfrage, wir sind schon am Ende der Sendung. Sie haben gesagt, Ihre Rätsel waren besser im Albisküttli. Ja, ich meine, ich wollte nicht sagen, sie sei gut gewesen, aber auf jeden Fall... Aber sie hatte eine gute Resonanz, muss man sagen. Trump finde ich auch rhetorisch, aber er ist ja nicht verpflichtet, eine gute Rede zu halten. Er hat nichts Neues gesagt, aber er hat vielleicht den Sextag gemacht. Er hat gesagt, jetzt sage ich nochmals gleich wie im Wahlkampf, eben, was ich hier gesagt habe, sage ich auch nach der Vereidigung noch. Gut, jetzt hat man ein bisschen bemängelt, er hätte ja noch Versöhnungsgäste machen gegenüber den Amerikanern. hätte er können, aber das ist ja sein Problem. wäre jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen... Gehüchelt gewesen. Ja, wäre auch ein bisschen gehüchelt. Ich meine, wenn ich einmal gesehen habe, was nach der Wahlen nein und alles, kein Beside, und dann bis zum Gegenteil von dem, was er von der Wahlen gesagt hat, dann sage ich ja, entweder ist das jetzt nicht wahr oder das vorhanden. Und diese Versuchung ist also nicht verfallen. und hat nochmals gleich gesagt, ob man das alles macht, aber dann haben wir schon gehört, das ist eine andere Frage. Letzte Worte, Sie haben noch gesungen im Albis-Güttli, Ja, ja, gut. Da wird ein neue Hit natürlich, oder? Wer soll das bezahlen? Jawohl, ja, zum sagen, bei dieser Energiesache, das ist ja wichtig, wir haben ja Mühe, bei den Leuten unterzukommen. Also wenn wir jetzt im 12. stimmen wir ja auch ab über die erleichterte Einbürgerung von der dritten Generation, das hätten sie alles unter den Tisch wischen. Da hätte einer müssen, das ist ja nicht der SVP, das ist ein Extra-Komitee, aber unsere Leute sind dafür, eine Burka-Frau zu machen, unkontrollierte Einbürgerung und Fragen zu zeigen. Nur mit dieser Provokation fängt man ein bisschen an zu überlegen, dann muss man dann eigentlich die dritte Generation, sie haben geschrieben, vor allem Italiener, da sind natürlich dann in Zukunft alles, Syrer und so weiter. Und die könnten alle eingebürgert werden, aber die wollen nicht, dass sie geprüft werden. Und dazu macht man es, dass ein Bundesbeamter noch geprüft und das ist einfach, wie bringt man es unter die Leute und ich habe mit dem Ding, wer soll das bezahlen, wer hat sowieso, will ich mal sagen, soll es immer mal sagen, die Bürger müssen zahlen, ich habe ja noch eine eigene Strophe gemacht. Wie ist die gegangen? Können Sie noch am Abschluss sagen? Ja, ja. Da habe ich dann noch das Urheberrecht. Ja, wie geht ihr? Das ist ganz einfach. Der Bürger soll bezahlen, aber er hat ja gar kein Geld. Man holt ihm alle Pinke Pinke, darum zahlen wir kein Geld. Also Geld, Geld ist der Reim, oder? Ja, ja. Das ist ja beim Original auch so. Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat so viel Pinke Pinke? Wer hat so viel Geld? Also das ist ein ganz einfacher Slogan, aber man hat ja früher immer gesagt, auch damals, man könnte das ja auch noch anders machen. Man könnte von Anfang sagen, wir haben es nicht bestellt, darum haben wir kein Geld und so weiter. Aber, und das haben wir dann, die 1250 haben es miteinander gesungen. Und weil ja die Frau Leuthard, die die Energiestrategie machen wollen, die uns nachher nicht für eine Familie 3000 Franken mehr kostet, damit sie es gehört haben, habe ich gesagt, sie wollen alle laut singen. Haben sie Reaktion nicht bekommen? Nein, oder? Von wem? Von Frau Leuthard? Ja, indirekt schon. Sie hat gesagt, nein, es kostet nicht so viel. Also dann hat sie es gehört auch. Also, herzlichen Dank, das war eine weitere Sendung von TeleBlocher. Freut mich natürlich, dass Sie dabei waren. Nächste Wochenende, ganz klar, sind wir auch wieder da. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und bis dann.